Grüß Gott, ich bin mit euch in Berlin und heute gibt es jetzt schon wieder ein Tagebuch, weil nachher eine Mittagspause, da habe ich keine Zeit mehr, weil heute ist ein Tag von Wochen und da freut es mich ja, ich sage es nicht. Aber dafür gibt es am Montag wieder zu Mittag ein Videoteichbuch und meine nächste Schule, wir kommen von Urlaub und da bin ich teilweise froh, dass ich wieder daheim bin und was heute ist, eine Woche, schreibt mir das bitte in den Kommentar und zu mir kommt eine Woche, eine Tante von mir. Hier waren der Onkel und da zu ihr in die Wohnung und da haben wir noch irgendwas trinken und unsere Haltung kommt auch im Plan. Und biert euch euch in Berlin.